Ausgeschlafen und festhalten. Also vertagen wir uns für heute und einen Morgen früh wieder ab. Erhebung für mich. Mr. Nevins? Mr. Nevins, wo könnte der Verschwundene gesprochen Ihrer Meinung nach sein? Herr, zuerst möchte ich sagen, dass meine Gedanken und Gebete bei Mr. Dussek und seiner Familie sind. Ich bin der Meinung, wenn ein Geschworener am ersten Tag der Beratung verschwindet, ist das schon etwas komisch, oder? Wenn ein Geschworener verschwindet, kann man den Prozess klopfen lassen. Wir sagen, dass wir keine Ersatzleute da sind. Wer ist der Geschworene? Peter Dussek, 72, Wittler, lebt allein. Wenn ich da angeklagte wäre, wäre ich ganz schön sauer auf dem Mann. Hast du mit dem Richter gesprochen? Nein, noch nicht. Er wird das beide Seiten anwesend sind. Die Staatsanwälte stecken mit dem Staatsanwälten.